So 200 Nettlosen gesteckt, Walter Kohler aus Köln, der nächste Anliegen, wie gesagt, der Europameister bei den 50-60-jährigen Deutschen Meister. Ich kann auch mit Deutschland schon mal sagen. 14.200 Euro für Walter Kohler aus Köln. Start! Test! Test! Acht! 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 Und hier sind wir aus Köln. Walter Kohler hat 202,5 kg lang. Und wir sagen, die dritten Versuch in der vier Zentrale. Und das mit 55 Jahren. Wir haben jetzt 52 Jahre gemacht. Das macht 2,2,5 kg. Und das ist gut. hat viele scraper gemacht. Das wird die dritten Versuch in der Vierne. Das ist die dritte Versuch in der vierte Ausfläche. Und das hat die dritte Versuch in der Vierne. Und das war die dritte Versuch in der Vierne.